Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sondersendung des ClipMyHorseTV WM Studios hier in Tryon bei den Weltreiterspielen, präsentiert von der Stiftung Deutscher Spitzen Pferdesport. Und ja, willkommen zum Voltigier-Sport-Spezial. Die Voltigierer haben heute einen großen Tag vor sich mit der ersten Medaillenentscheidung und deswegen dachten wir uns, dem Ganzen widmen wir eine komplette Sondersendung. Falls ihr die Ritte unserer anderen Disziplinen, unserer Springreiter und unserer Paradressurreiter sehen wollt, haben wir natürlich noch unsere komplette Highlight-Sendung für euch. Aber vorerst geht's hier mit Voltigier-Sport weiter, also schnallt euch an, wir haben einiges vor. Wir werden unsere Einzelstarter sehen, die Damen und die Herren in der Kür, sowie den Pas de Deux und im Abschluss die Nation-Teams, bestehend aus zwei Einzelvoltigierern und dem Team. Also, wir haben viel vor und die Damen machen den Anfang, also los geht's und viel Spaß!